hallo zu einer neuen raft folge und wir werden angegriffen kommt jetzt gleich immer noch nicht die dinge habe ich ja weggetan die da läge und stein und kunststoff und das kann ich dann da das ist ja dass die lager so klein sein ist das ist so viel braucht was wollte ich jetzt mache ich weiß gerade nicht was ach ja genau gut und irgendwie sollten wir mal uns entscheiden wo die tonen kommen irgendwie daten teil und dann das ist ja der ist ja so wie es sein soll ja aber wir haben es haben noch unten die wir eigentlich an oben brauchen das problem ist ich bin die ganze zeit am sortieren und schmeißt dann immer irgendwo irgendwas rein und das sortiere ich dann wieder um weil ich glaube ja beide irgendwie ein anderes sortier system sein dass wir es ist fakt nicht voll ab jedes mal das ist schon hart und ich versuche gleichzeitig so viel immer wie möglich herzustellen also so mal nebenbei irgendwas zum beispiel in die schmelze reinhauen oder sowas wo kommt ein leder hin da habe ich noch keine kiste das ist die diese alles kiste da müssen wir noch eine machen weil jeder das neue ist nicht hier ist keine alles aber das ist nur für die schmelze gerne rechts ganze kunden wir brauchen noch eine zweite trufe kunst oder eine trufe kunststoff eine für grünzeug das was da drin war das war ja nur wegen aber ton ich verstehe gerade nicht warum ich kein ton einschmelzen konnte kann man tun tun kann man eigentlich siegel machen aber kann man nicht brennen die muss man trocknen wie moment irgendwie ist dann fail was moment irgendjemand hat hier die dinger falsch worte kann ich doch bestimmt weg ja genau sie können da nicht hin wir entferne ich die gleiche damit haben wir nicht was kann ich einfach mit axt dagegen hauen gegen die stempen ja ja aber guckt bitte dass der nix zusammenfällt dürfte normalerweise nicht nur toll jetzt ist angefallen und jetzt fällt wieder zusammen danke du musst du erst die anderen bauen ja gut egal wurscht moment irgendwie das passt ja auch netter warum ist diese musik wieder langsam wir sind bei irgendeinem floß war es mit absicht oder stimmt ich habe es auch gesehen ich hole schnell oder dann schon viel drin aber alles nur eins also nichts für herrn ist ach das sind die ganzen samen palmsamen palmsamen wasser und die brauche ich die wasser melonsamen ich habe keinen platz ich glaube wir machen jetzt irgendwo eine wand jetzt pass auf ich baue ich muss jetzt jetzt pass auf jetzt ich habe jetzt habe ich was ganz bestimmtes im kopf wir benötigen mehr und zwar band magst du eine wand aus holz und eine wand aus palmen palmen hätten halt natürlich ziemlich viel zeug nee nee du brauchst ja wobei ein bisschen weniger mal ich probiere es jetzt mal aus palmen so was was fehlt mir palmen das gibt es doch nicht das ganze gegrillet zeug ist doch hoffentlich fertig jawohl ist das nur eine wand der hai er ist tot haifleisch ah nein ich kann es nicht aufnehmen weil ich voll bin nein ich habe es schon genommen hier oben liegt noch was hier hier da ja na na soll ich na ich sammle das mal aus wieso bin ich eigentlich wieder komplett voll ich hoffe das nicht ich mache doch gar nichts da habe ich so viel zu tun so dann da wäre es eine mini-insel ja da kannst du ja mal gerne drauf nee aber per zufall vorbeifahren ist mir auch das jetzt wurscht so ich ich lasse jetzt mal kurz wir haben essen eigentlich gut im vorrat ich mache mal wieder kurz pause und kümmert sich mal um platz weil der platz der geht mir tierisch auf den senkel ne ja ja blanke schrott seile und scharnier 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 seile ist das seil drin kannst du da bitte machen da ist viel seil drin scharnier 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 ich wollte doch grad da gehen Ja, leck mich doch, ähm. Da brauche ich noch ein paar metallbaren. Na genau, dann ist hier der Schrott und... Ja halt, hat da auch Schmutz drin? Ja, ok. So. Und jetzt brauche ich ganz viel Holz. Hast du noch Holz? Ja. Dann gib mir mal her, hier. Boah, jetzt habe ich schon wieder Hunger, ey. Gerade habe ich das Gefühl, dass das Essen rapide runtergeht die ganze Zeit. Es geht, es geht. Wo hast du Holz? Gib es mir, Baby. Gib es mir. So wenig bloß. Wie viel brauchst du da? Erstmal so viel wie es geht, dann müssen 20 oder mehr. Es war noch 20. Hä? Achso, ja gut, weil ich habe unten irgendwie nur 7 angezeigt bekommen. Ja gut, dann ist wahrscheinlich erst das andere gestapelt. Okay, passt. Ja, Schrott haben wir echt wenig, muss ich sagen. Oh, jetzt haben wir gleich 3 Inseln zur Auswahl. So. So. Einwandfrei. Schon, oder? Das wird aber auch krass so viel angespült, muss ich sagen. Das ist total. Das ist, früher hatten wir voll die Probleme, ey. Und jetzt kommen wir gar nicht hinterher mit dem Zeug einräumen. Wow, da, 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 da. Hi, es wird da. So, oh ja, jetzt der Sturm hat uns glaube ich erreicht. Komm, scheiß, blätter Zeugs braucht keiner. Das dumme ist, dass du das dann irgendwie, du nimmst das automatisch dann auf, wenn es in diesem Netz ist, ne? Du willst, oh, guck mal, da ist ein Stück Holz. Ja, es wäre cool, wenn man irgendwie sagen könnte, nimm nur Holz auf. Ja, das wäre so hilfreich. Und man muss das ganze Holz dann immer raus sammeln. Das wäre so hilfreich. Ach, für Scharni brauchen wir Metallbahnen, so so. Ich habe es schon wieder gemacht. Ich habe vier Stück noch, wenn es ist. Ja. Aber du kannst ja auch selber noch welche machen, also die kann man immer wieder gebrauchen. Ich meine, Metallbahnen weiß ich nicht, wozu man die sonst noch braucht, wenn ein bisschen Nägel oder sowas, aber... Nee, da braucht man leider Schrott dafür. Boah, ich überleg grad, was soll ich denn machen? Ich bin hier grad... Mach ich das hier weiter mit... Holz... Eigentlich so die Kiste für Holzraum echt gar nicht, ne? Weil... Nee, 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 nee. Äh, holzst du zwei Scharniere für mich? Ja, hätte ich. Ganz kleinen Moment. Äh... 1, 2... Hier. Okay. Perfekt, danke. Wo kommt das... Achso, da können Federn rein. Da können die Federn rein. Federn, Federn, Federn... Tö-haitö... Ach, und übrigens, äh, danke an denjenigen, der mir das gesagt hat, dass man an den Wänden hier Acting kann. Das sind noch mehr Federn, da ist noch mal das Seil, das kann ich da hin tun. So, dann haben wir hier noch mal. Pollen wir rein. Federn, Federn, Federn? Ach, die sind unten. Die vergesse ich immer wieder. 3 Probe, oder? Ja. Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder, habe ich jetzt wieder Durst? Mensch. Kriege ich das noch? Jawohl, liegt noch da. Ah. Wo? Hinter der Wand. Was für ein Arsch. Nein! Alter, war das knapp. Ja, das kann ich nicht bauen. Wie mir zwei im Plastik. Es ist immer alles randvoll. Na, haben wir noch mal Sammler Kunststoff? Blätter würde ich nicht sammeln. Sammler Kunststoff. Hä? Hä? Hä, was soll ich jetzt denn gesammelt? Ich dachte, das war Kunststoff. Hä? Ach, weil ich die ganze Zeit voll bin. Meine Fresse, ehrlich. Da, Seil und Seil tue ich da rein. Dann kann ich das andere aufheben, hoffentlich. Ach, das ist das Wassermelonen-Ding hier. Kann ich da nochmal... Zack. Eigentlich wollte ich da keine Zahl rein tun. Boah, die Samen, die nehme ich jetzt mit nach oben. Oh, krass. Das war wieder Wasser. Ja, was ist da halt? Oh Gott. Da kann es ein Eimer. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Da ist ja auch nochmal Kunststoff drin und Stein. Warum, warum zuse ich hier Kunststoff und Stein ein? Verdammte Axt. Das war von vorher noch, um auf die Einzelgang zu sein. Dann habe ich gesehen, dass wir überhaupt keinen Platz haben für Kunststoff oder Dreck. Und dann habe ich es einfach mal ganz getrost liegen lassen. Ah, Mann. Ist er tot? Hast du es geschafft? Ja. Sehr schön. Das Palmenblatt kannst du dir machen. Im Arsch. Stecken. Oh, da hat ein Mensch recht. Oh, Stein, Stein, Stein. Ich habe einen Schmutz zu. Ich war zum Stein. Oh. Oh, Gott. Die kann ich da auch drauf hauen. Ach, schlanken. Drei Schrott. Genau. So, da. Ähm. Einen Schein mehr. Die Samen, die trug ich einfach halt da rein. Drei. Und dann brauche ich noch ein paar Planken wieder. Hast du noch ein paar Planken übrig? Krieg's? Fünf Stück? Fünf? Was? Hä? Ach, du bist unten. Ah, das war ich gerade schon noch hochklopfen. Das wäre. Danke dir. Ich bin mit der Kamera. Ich bin mit der Kamera. hatten wir ja und ich fände es so viel schöner wenn man wenn man in der truhe ist doch vielleicht auch direkt aus dieser truhe aus herstellen ja ja so ist das hier alles bewässert ja ja genau kupfer ist hier fertig ein und frei muss zum einschmelzen hier ein sehtank war das hast du schon wieder erkennen würde dass wir zum beispiel war eventar einfach alle wenn du gerade redest hat ganze zeit gehalt und du bist abgebrochen ganze zeit ich wiederhole es wäre schön wenn man das einfach im inventar hätte und nicht den auswählen müsste muss dann die schmelze reinzulegen das stimmt ja das leben wäre so viel ein gut wir haben jetzt irgendwie blöcke sagt überhaupt kein schrott mehr doch 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 schrott ist unten hier hier wird schrott gesammelt hier unten jetzt war der hight war und ich bedurte gerade ich kann mich verteidigen das wird aber auch gefährlich weil das ist gleich so ein bisschen stütze wenn er das ding kaputt weiß dann kracht deshalb gesagt ein vielleicht sollte man hier sicher wir könnten ja mal noch mal ein zweiter bauen das 1 klar das mache ich jetzt glaube ich auch mal kurz kunststoff war es bei ganz viel kunststoff ja dem scheiß dreck so habe ich gerade eine insel gesehen hat nur so hat mich getäuscht hat mich getäuscht so ist erweitert ich brauche sechs feiern oh mein gott was brauche ich beim spiel federn eigentlich so ein chaos ich bin schwer ja dann ist ja gut vor habe ich dann eigentlich die federn wo ist denn die seile ach da ja jetzt hier zwei ich verkehrt bin stein pfeil ich wollte kein pfeile braucht auch keine federn habe mich schon bewundert perfekt ich klau zweimal seil so schauen wir mal wo ist die nächste insel zweimal seil und einmal das gibt es nicht dass wir jetzt hier kein holz haben oder hast du einmal holz bisschen hier holz für dich ja eins brauche ich von 1 irgendwie kommen wir dann kommen wir nicht mehr ja dann geht er da ist die erste glaube ich sehe ich doch konnte man das nicht ja kannst du mal was was ach so okay was richtig geil ist dass der eisensperr einfach die scheiß dinge und ja das ist auch immer das ist so ja man kann wieder ernten macht macht du aber bitte hier kartoffeln ja wenn ich ja ja das ist wenn du es wenn du das eine rote bete in der hand hast und erntest du es gleichzeitig einpflanzen deswegen da vorsichtig nimm irgendwie ein speer oder irgendwas anders in die hand ist mir glaube ich noch nie aufgefallen ja damit hatte ich doch mal ein bisschen zu kämpfen so der lagen habe ich hier noch rote bete das für was hat man eigentlich nochmal ziegel gebraucht gute frage für irgendwas nicht zu ich weiß es kann auch nicht so etwas auffüllen aber wir brauchen wieder mehr holz kann man ja ja ich habe ich habe ich kann man die bieten haben die bauten wieso die sind doch groß oder nicht groß dafür glaube ich noch eine stufe was so okay okay aber da ist wieder eine insel da hinten also da ist wieder holz alarm holz alarm nur irgendwie kommen wir gerade so richtig hin weil natürlich der wind wieder falsch wird die bäume sind gerade ausgewachsen glaube ich ja wohl oder ne war nicht lolli wachsen noch mal eins so empfänger das haben wir alles schon gemacht und paddeln an kammer auch schon gemacht das würde ich machen benötigt aber so viel holz das check ich nicht ganz ich habe sechs wassermelonen er geerntet und habe fünf samenzurk bekommen also bei zwei seilen und zwei schrott ja ich überlege gerade eins zwei eins zwei lull was los kommen wir endlich mal in richtung siehst du das nicht wieso hast du dir jetzt nicht stehen ich wollte es mal ausprobieren weil ich eine fackel machen wollte aber die kostet so viel holz und das hat kein holz gekostet und du hast gesagt die batterie ist relativ einfach herzustellen also nicht ich baue was unbedingt holz warum kann ich das warum kann ich das nicht rausnehmen kannst du was rausnehmen ich muss ja doch das was drin aber ich habe aber kein holz mehr die eine holzblanke die wollte ich ja es geht auch so viel blanken kriegt man da keine neuen zahlen doch nach scheiß ich muss doch nutzen wir kommen einfach nicht an diese scheißinsel stehe ich aber jetzt nicht warum ja weil wind grad kacke ist doch schon wieder jetzt kommen wir ja vom winkel her muss das problem haben wir jetzt irgendwie waren jetzt kein holz haben dann ja das ist eine ding nicht gesetzt eine bar ja weil ich keine mehr hatte ja keine angst wir haben hier 24 kann ich dir auch schnell ernten 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 ja so schnell reicht die geschwindigkeit wieder raus aus diesem spiel wenn man kein holz mehr hat dann ist man einfach am arsch ja und das ist vielleicht einmal so schlimm dass er nicht mehr ein bisschen ordnung bringen und so so weil wir jetzt ab vom kurs sind und unbedingt diese scheißinsel wollen kriegen wir auch kein zeug mehr rein ja das ist jetzt auch richtig durch die kommt einfach nicht hin scheiß drauf das haben wir aber öfter dass wir irgendwie gar nicht näher herankommen ne ja weil der wind dann einfach nicht sich ändert das was das ist soll halt dann nichts sein gut aber ich bin es eigentlich echt gut zu tipp muss ich sagen bin zufrieden ja es geht das ding ist halt ich habe immer wieder was neues da aber ich glaube da unten mit der truhen ecke das habe ich ganz gut hinbekommen oder ja und sieht eigentlich auch gut aus muss ich sagen das wässern noch da mit der Fackel da einmal gewässert das hast du alles gewässert ja ach so da kann man hinten mit den blanken da kann man hier hinten mit den blanken wieder einfüllen so langsam sollte man überlegen wie wir denn jetzt weiter bauen weil es einmal der erste so fährt durch ob man dann da jetzt Wände rummacht ah da scheiße äh ich kann nicht reparieren ähm 9 auf 4 tja also die frage ist möchten wir da jetzt ah insel insel so gut ja aber jetzt eine kleine insel aber vielleicht finden wir ja mal wieder was schönes ja wenigstens holz oder was gut äh hörst du mir zu ja geht weiter äh erster stockwerk einfach jetzt Wände rum oder dritte stockwerk oder whatever ich würde sagen dass wir hier unten noch zu machen also hier so zu die wand und die wand vielleicht vielleicht mit tür damit man sofort rausgehen kann wegen hi okay hier hinten könnte aber noch nicht näher gut hier dann vielleicht nochmal eine treppe nach oben irgendwie irgendwie sowas irgendwie sowas alles klar alles klar ah da hinten ist ein bisschen material da kann ich vielleicht mal irgendwo holzi holzi wir fahren da voll vorbei nein ach lol ich suche mir einen wolf und das mache ich alles übern voll idiot alle geangelt habe ich lange nicht mehr also mit dem ding halt mit dem ich weiß noch früher ey da haben wir uns fast zerfetzt wer die wer die wer die jetzt fast bekommen hat okay dann dreimal schrack dreimal seiten so jetzt bisschen auf die zeit achten wollen wir jetzt bei dieser insel einfach wie gesagt pausen noch ja unbedingt wenn wir jetzt noch auf die insel gehen keine chance ja schau mal her nee also erstens technisch sind wir echt schau mal her ich tue hier hier oben hallo hier ähm da noch eine truhe hin und da kommen die samen rein ja aber nicht die blumensamen sondern nur die samen die wir wirklich einpflanzen also baum und äh melone und so weiter wollen wir da dann auch glück sagt rohe kartoffeln und sowas rennt und das aber nicht ne die habe ich ja meistens im inventar weich die wir gleich auffüllen ah jetzt esse ich ruhe scheiße jetzt wo du es gesagt hast ich esse es ruhe scheiße alles klar hallo ich möchte hier irgendwie wieder ein bisschen vorbei weiter bisschen weiter so ist gut so ist gut so ist gut so ist gut ja ich denke jetzt kann man den anker reinhauen und jetzt kann man ganz frisch die folge werden ganz frisch einen moment nachdem ich mich mal entleert habe ich mich mal haben wir eigentlich irgendwo auch eine krimskrams truhe ich tue das jetzt mal da rein ne weil so wenn ich das in diesen netz werfe da geht mir ein bisschen tier käme ein bisschen auf den keks so dann füllen wir das wieder mit wasser alles geht nicht so du musst unbedingt jetzt schrottsammeln alter ich bin wieder boah ist das schön ist das toll so und so dieses explosiv das wo hatten wir so eine krimskrams truhe hier ne da tue ich jetzt auch diesen explosiven schleim rein weil ich wohl weißt eigentlich noch nicht wohin damit so also dann dann ich komme zu dir hoch sie doch mittlerweile ist echt groß diese ecke hier oh ja irgendwas nein ok ist weg wir haben verluste nein nein na gut nein du 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 wunderbar was haben wir nun essen jetzt müssen wir die folge beenden kommen auf zu essen ähm danke fürs zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten folge wenn es spannend natürlich weitergeht äh hier bei raft tschüss genau Tschöi